So, Servus Leute und herzlich willkommen zurück bei Part Nummer 26, glaube ich. Weiß ich jetzt nicht ganz genau, 26 oder 25, aber ich glaube 26 von Far Cry Primal. Wir sind immer noch in der eiskalten, nördlichen, nördlichen Zone von Euros, wo wir im letzten Part ja ein bisschen Action gehabt haben, hatten, tun, gehabt, hatten, Hiden, Hoden, Haden, Sieden, Soden, so, ne? Gut, wir haben mittlerweile schon 69 Stammesangehörige, finde ich sehr geil. Was ich jetzt aber nur mal kurz machen werde, ich gehe noch mal kurz zurück in die Höhle, damit es mir nicht kalt wird während der Zeit. Hier, ich brauche für diese Mission die Mammutreiterfähigkeit, wie ich gerade gesehen habe noch. Das bedeutet, dass ich mir jetzt einfach mal freischalten werde. Das geht ganz einfach mit Fähigkeiten. Und hier, den Mammutreiter kostet zwei Fähigkeitspunkte, das heißt, wir haben nur noch vier. Aber, was ich ganz cool finde, ist das hier, dass ich vier Pfeile gleichzeitig mit einem Stick herstellen kann. Und, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon machen werde, auf jeden Fall habe ich Lust, das bald zu machen. Aber ich will auch das hier bald machen, dass ich alle Viecher in dem Spiel zähmen kann. Das wäre nämlich auch richtig nice. Und ja, hier gibt es echt noch so sau viele Sachen. Also, das hier ist jetzt bei ihm, das sechste Stück. Aber wir können auch das hier machen. Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall noch so viel zu machen. Deshalb, ich glaube, ich nehme jetzt einfach mal das mit dem... Warte mal. Das nehme ich auf jeden Fall mal. Damit wir mehr seltene Holzstücke und so bekommen. Ja, das mit dem Pflanzenseen ist mir eigentlich relativ egal. Aber die zwei Sachen sind hierfür ganz gut. Kann ich aber nochmal das machen. Aber das interessiert mich momentan noch nicht, dass ich auf meinen Säbelzahntiger rumreiten kann. Es gibt zu viel. Hm. Warum kann ich den jetzt nicht... Achso, ich brauche drei Punkte. Alles klar, alles klar. Alles klar. Ich mache hier einfach mal, das das nächste Mal, die primitive Heilung auf jeden Fall. Da wir jetzt momentan sowieso nur sehr, sehr wenig Grünblatt haben, weil wir alles verbraucht haben und nie wieder Neues gefunden haben, oder nicht viel zumindest, werden wir dann später das auf jeden Fall nachholen. Hier, können wir auf jeden Fall den Köcher nochmal ein bisschen upgraden, weil wir so viele Sachen gefunden haben. Hier, sehr, sehr viele Sachen. Hierfür, da können wir den Speer wieder upgraden. Südstand habe ich immer noch nicht gefunden. Ich weiß nicht, ob ich den Bogen jemals upgraden werde. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich... Ich könnte mir eigentlich mal den Langbogen gönnen. Das wäre eigentlich mal eine recht coole Sache, glaube ich. Hm, ich habe dafür nämlich alles gerade. Nur weiß ich nicht, ob ich jetzt den Speer oder den Bogen zuerst machen soll. Hm. Hm. Ich glaube, ich mache mal den Speer. Es geht ja hier jetzt nur... Oh, der sieht schon ziemlich gut aus. Es geht hier jetzt nur um den Nordton und den finden wir ja mittlerweile auch schon etwas öfter. Und der Speer sieht schon einigermaßen geil aus. Oh, fuck. Oh, fucking Mammut. Oh, fuck. Ganz viele Mammuts. Ich bin gleich down. Der Bär hat sogar Angst vor dem Freund hier. Hahaha. Und dann Mammut nicht. Hier sind zum Glück ja auch noch viele von den Kleinen. Was bedeutet, dass die Großen... Ja. Desto mehr kleiner, desto weniger Große. Und nur die Großen greifen mich an, soweit ich das bisher mitbekommen habe. Was brauche ich eigentlich für Speer-Upgrade-4? Hier, das ist ja auch absolut schwer. Ich habe keine Ahnung, wo ich Südstern finde. Naja, wahrscheinlich im Süden, aber ist klar. Aber ich habe nur den Südstern in Staub bekommen. Ähm, hierfür brauche ich Süd-Ahorn. Vielleicht begebe ich mich einfach demnächst mal ein bisschen mehr in den Süden. Wobei ich ja vermute, dass ich da erst später hin muss. Wegen der Storyline. Hier haben wir auf jeden Fall noch Nordschwarzstein. Gibt es zum Glück hier oben ziemlich oft. Was ich sehr, sehr schön finde. Aber es ruckelt gerade ein bisschen. Das gefällt mir aber nicht so gut. Ach komm, was hat denn du jetzt für ein Problem? Ich bin mal auf jeden Fall mal los. Und dann haben wir das Ereignis hier auch noch mal abgeschlossen. Abgeschlossen. Nein! 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 Der verfolgt ihn wieder. Es ist ungefähr so, wie zwei kleine Katzen, die miteinander spielen. Nur, dass sie ziemlich groß sind. Und nicht so einfach mal umbringen würden. Hier ist auf jeden Fall unsere Mission. Ach, ne, da renne ich jetzt ganz bestimmt nicht hin. Da kannst du machen, was du willst. Da gehe ich nicht hin. So. Udam, zertrampellen. Rette ein Mammut, steige auf die Beste und zertrampe die Udamjäger. Ja, die haben die auf jeden Fall schon mal, die Fähigkeit. Sehr, sehr schön. Finde das Mammut. Tut mir leid, ich muss nochmal nachgucken. Hier brauche ich weißes Wolfsfell, ne? Und seltenes weißer Quell. Damit ich schöne, weiße Kleidung tragen kann. Ich hoffe, ich erfriere jetzt nicht. Hol mir mal eben, meine Eule. Wo bin ich? Gut, das hat keiner gesehen. Aber ich zugeben muss, dass das bisher irgendwie noch nie jemanden interessiert. Hey! Okay. So, hier lang auf jeden Fall mal. Oh, ey, der kommt hier auf einmal auf irgendeiner kleinen Höhe auf mich zu, oder so richtig dumm. Komm her, hier. Was mich immer noch ein bisschen, ähm, verwundert ist, dass die Fakke hier jetzt mal ausgeht, bei den Typen. Hier habe ich auf jeden Fall noch, äh, Nordsteinstaub, äh, Nordschwarzstein, so, gefunden. Blut von Oros war da drin. Sehr schön. Wie komme ich denn hier raus jetzt? Ach, das geht ganz einfach. Hier gegen die Spitzen sollte ich vielleicht nicht unbedingt trennen. Ist, glaube ich, nicht so gut für meinen Mammut. Ach. Warte mal. Das hier muss ich machen. Dann renne ich gleich nochmal zurück hier und erledige das zuerst. Auch da hinten. Gehen wir einfach mal durch. Hier gibt's ja genug. Ach so. Das finde ich sehr nett. Hier sind die von hier noch. Aber ich werde mal kurz absteigen. Nicht so ungut. Okay, jetzt ist es keine gute Idee abzusteigen, glaube ich. Hier kommen nämlich gerade neue Freunde. Au. Ey, lass mich jetzt mal hier rüber. Muss mal kurz absitzen. Tut mir leid, Freundchen. Aber mir ist kalt. Ey, bleib mal hier. So, jetzt ist es mal wieder warm. Wo ist denn hier noch? Was? Irgendwas habe ich hier übersehen. Irgendwo noch ein Knochenbaum. Oder warum wird mir das angezeigt? Alle down. Hier ist noch ein Knochenbaum. Auch hier auch noch. Viel dürfte es nicht mehr sein. Die Leiste ist fast voll. Da ist noch einer. Reitet er noch zu seiner Herde? Vielleicht mögen mich die Mammuts dann. Ich glaube zwar nicht, aber... Sind die ja auch große? Nö. Oh, hi, Mama. Weißten, off. Bis zum nächsten Mal.